hallo heute geht es um die augen schaut mal das ist unser schönes allgäu um das zu sehen müssen meine augen in die ferne adaptieren und das lieben meine augen da müssen sie wenig tun aber was machen wir wenn wir ehrlich sind die meiste zeit am tag wir adaptieren in die nähe zum beispiel um das handy anzugucken oder in den pc und das ist etwas was unsere augen anstrengt und dafür gibt es die 20 zu 20 regel wenn ihr euch die merkt und die anwendet dann könnt ihr saumäßig gutes bei eure augen tun 20 minuten fernseh gucken bzw handy gucken also in die nähe adaptieren und dann 20 sekunden die augen bewusst entspannen und in die fahne gucken 20 zu 20 damit tut ihr gutes für eure augen und braucht nicht so schnell eine brille wieder was gelernt stimmt's